Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem nochmal recht heißen Tag liegen am Freitag die Spitzenwerte nur noch bei 21 Grad. Den ganzen Tag über zeigt sich der Westsachsenhimmel trübe und zugezogen. Regen wird dann unser Begleiter sein. Zum Start ins Wochenende dominiert wieder Sonnenschein das Wettergeschehen im Sendegebiet. Im Tagesverlauf schieben sich nur harmlose Wolken vor die Sonne. Der Sonntag kommt dann Ihr Durchwachsen daher. Bei Höchstwerten von 23 Grad könnte uns, vor allem am Nachmittag, der eine oder andere gewittrige Schauer ereilen. Bei endlichen Werten beginnt die neue Woche mit einem Sonne-Wolken-Mix. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen.